Wir haben das Medaille ja auch, also es sind keine Pots. Ich glaube wir haben den Tresor drin. Das ist ein Schweizer. Ja. Ja bei mir, bei mir, bei mir. Wir sind am Tisch. Würfe! Ja, das ist ein Biss. Vorsicht, da sind hinter mir her. Geht weg! Ein HB! Scheiße, du bist nur der Husser, der Husser der Sonne. Wo ist er? Da hupt er, da steht er. Geh, lasst er da! Die falsche Waffe ausgeht! Probier's, versteck dich. Da sind viel zu viele Gegner. Da sind die Pots. Da sind die Pots. Da sind die Pots. Ja, wir werden planen. Ablenkung! Die falsche Waffen gehabt vorher. Das sollte er so machen. Ok, ruhig aber gehalten gleich wieder, wenn die da weg sind. Erst bei der falsche Färtenfähne, den Schneemann da drüben. Wir sind nicht mehr dort. Und da nähert sich wer. Ja. Snappen wir auf die Schneemann. Ja, dann ist die Schneemann zerschossen. Da oben ist er, hab ich gesehen. Was passiert da gerade? Gegen wen fällt denn da? Gegen einen Bot? Gegen ein anderes Team, also. Ich höre gerade, Müller. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Das ist dein Gehentwurf. Der Gehentwurf. Ah, die Karten habe ich Gehen wir in die Richtung Oh, gehen wir hin zum Minister Bus Dort ist er Oh, ich habe mich hier Da drüben Jeder Menge Schnee mehr repaziert Ist ja fast schon Zähne herum, oder? Zähne? Null Ja, wenn du zuschaust, ist es immer voll Schautsack Zähne 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 Obwohl das Spiel nicht fertig ist Muss ich sagen, ich weiß, sieht zuvor aus Da kommt einer Bei mir ist einer Zwei Leute Da sind ein Fall Drei Leute Ich habe 100 HP Ich habe 100 HP Ich bleib da drin in der K.O. Ich bleib da drin in der K.O. Ich habe auch geschossen, die K.O. Anders Ich habe einen Scheiß Ich habe einen, ja Da ist die Kiste Da sind doch oben Das sind ja Bots, oder? Kiki? Das sind Bots? Ja Ich bin mir da nicht so sicher Naja Naja Nix ist hinten Wartel Wartel Ein, lass mal Ich brauche einen Kill mit Schotflinten, Robin Boah, hast du gekriegt? Ja Und wer schießt auf mich? Da schießt ein anderes Team, glaube ich Fah Was ist denn da? Jetzt vor mir Aufhübe HW Liegt da Anonym Haben wir wenigstens gegen einen Gescheiten Heal gehabt Blau ist gar Blau ist im Schieren Da habe ich mich hinzuschauen Medikind gegangen Also ich meine An blauen Was schießt denn noch irgendwer? Da oben warte mal Warte Ich 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 Sack Das könnte ein Echter sein Das ist ein Echtergail Ja Hördergapel Schilder Oh ja, da ist der Anmenschwiderl Hinter mir! Robin, pass auf! Was ist los? Was ist los da hinten? Oh, hinter mir! Ja, hinter uns sind, da sind Ebro-Wäsche Was? Was ist da? Ich hab gar nichts, äh, äh Haben wir gar einen BG? Dann mischt euch bitte ein bissel da rein Ja, jetzt schill auf einmal, ich muss ja kurz heilen Das gibt's ja nicht Das sind Ebro-Wäscheine gerade Wo ist der Robin? Und da kommt noch einer mit Auto Wo bist du der Bies? Komm her! Ich bin im Haus drin Das sind jetzt die Gurten, das sind jetzt die Gurten da Ich hab mich auch noch Wo ist denn da? Ich hab mich auch noch Ich komm gerade noch zu Karten, das ist das Problem Ich sehe einen Ich sehe einen Ich will mich auch noch Ich hab nichts im Ohr an Ich sehe einen, ich sehe einen Tobias Der ist irgendwo dort bei mir Ja! Hör, der ist da hinten! Fuck! Aaaaaaah Ja, das war das Kopfgut Dreh ins Bodieohren Das ist Kopfgut, der hält sich gerade Der ist da oben drinnen bei der da links Ja, ich weiß, ich weiß Ich weiß Okay, ich warte ein wenig hoch Ja, der hat sich gerade gehört Versteck wieder Ja Das Team hat uns verflugt Ich glaub mein Versteck ist ja nicht das Beste da Äh, aber Äh, bevor die mehr kommt dann ist es nicht wirklich ein Versteck Oh Gott Ola Solange die da anhauen, dann ist alles gut Zonen passt da noch Der Reister Bus steht wirklich draußen Da drümmen liegt in der Karte, in der Medaillin Ich glaub jetzt könnt ihr es mal Karten holen bei der Einfach da Ja Wo sind oben diese Karten? Äh Äh, ich bin auch da irgendwo da vorn Kroloos, oder? Nein, nein, ich bin ja da drümmen Der Reister Bus Du könntest mal rein starten, dann könnt ihr helfen Obwohl Links hinter dir Links hinter dir Links, links, links Komm rein WTF Okay, bleib im Haus drin Okay Oh Gott, der ist direkt hinter dir irgendwo Aber er geht weg Kommt noch einer Ich glaub sie sind weg, oder? Sie gehen weg Mit dem Medaillin Ja Jetzt kannst du rum in die Karten holen Da rein noch einer Wo? Eben kehrt Irgendwo Aber ich weiß nicht in welche Richtung Ja Weiter liegt er los Ja Äh Neustarten am besten Die sind offen Das geht sich raus Das sind noch 2 Medikits 1er Damage noch Klar macht 2er Damage Aber das ist egal Robin, wir fliehen Richtung Insel Du ziehst dich Du ziehst dich los Ja Obwohl, der ist aus der Zone Ohne Zur Insel Zur Insel Zur Insel, ja Das ist ja kein riskanter Plan Aber dort ist noch keiner, glaube ich Wir haben ja gar nicht gewusst Oh ja, jetzt ist wer oben Obwohl Ja, jetzt geht's auch auf der Insel Warte Da unten Ja Nein, insel ist keiner Keiner auf der Insel, Robin Okay Okay Ich habe zwei Schneeberwerfer Das ist Das war nicht optimal, aber egal Die mit dem Medaillon kommen wir wieder in unsere Richtung Da ist Okay, das war doch wieder Bist du in unserer Schneeberwerfer? Beste Waffe Beste Waffe Ja, überhaupt Okay, die mit dem Medaillon sind außerhalb der Zone Oder so in der Welt Oder fast da Die sind außerhalb der Zone Oder wollen nicht alles Ah ja, die Zone kommt Ich hab's Schon wieder? Die Zone kommt? Ja Und das ist echt Da wird das Jumphead Ja Ich bin da Oben Da ist Jumphead Und unser Gegner? Ja 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 Wir fliegen weiter Richtung Ah, dort um mich ungefähr Ja, um Berge Um Berge Es ist 3 gegen 3 gegen 3 Ich hab mir mein BG Und die Zone geht wieder, glaube ich an der Ski Das ist ein Scheiß Irgendein Hinwart Medikator ist aber nicht verkehrt Ich kann das nicht Du hast noch Du hast noch Okay, warte dann Gib mir mein BG Bin Lutsch, gerade eins Wenn der Schauf in der Level 100 Das hier war Keine Ahnung Das war doch gar nicht so verkehrt Robin, da ist es ein Pronson Das ist ein Pronson Das ist ein Pronson Der Song ist von Skabine Was? Ich kann die Medikator Ich kann die Medikator Ja, äh Die Zone geht weiter Geht's ja, geht's Ich hole noch gar nicht Medikator Es liegt da hinten Oh, die hat nur Wolf Da liegt Da liegt Ah, ja Ja Min 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 ist ja Was? Geh mir die Zone Einfach mir noch Einfach mir noch rechts bleiben Es ist 3 gegen 3 Wir gegen die Schweizer Ja Das sind immer die Söhn mit Medikator Wir müssen Wahrscheinlich bessere Waffen aber Ja Die nächste Zone sehen wir Wir müssen den Wir müssen den zurückholen Und noch nicht zufrieren Hier ist er? Hier ist er? Nein, 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 nein Wir kommen gleich zu uns Ich bin im Busch Da ist er herum Wir müssen alle im Busch Bleibt einfach im Busch Bleibt einfach im Busch Ja, bis sie weiter links Weil die Zone kommt Oh mein Gott, Alter Die, Alter Die Zone geht nach rechts Und dann geht's weiter nach hinten Wir müssen aufs Zonenspiel gehen Ja, okay, okay Ja, warte, 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 warte Ich schiess am Jetzt Nicht mitzubauen Oh mein Gott, oder? Was? Ich bin ein Marschnepperwerfer Ich bin oben gefloge, ich baue ein Medkit Da bin ich hier mit Nein, 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 nein Wie du bist? Ja, ich hab gerade ein bisschen Ich bin ein Problem Ich bin im 7 HP Ich bin im 7 HP Du hast ein scheiß Schnepperwerfer, Tobias Oder der rennt da hinten Ja! Lass ja gar nicht nachleinen Für was muss ich überhaupt feiten, du? Ich brauch ein Medkit Ich bin im 7 HP Hallo! Alle haben wir Ich bin im 7 HP Ich bin im 8 HP Ich bin im 8 HP Ups Falsche Waffen Kommen, hol dich schneller Ich bin im 8 HP Ich bin im 8 HP Ich bin im 8 HP Mach ich da Ich kann nicht leben mehr Ich bin nur der 1, nur der 1 für dich Ja, aber der hat die Mütte schon gehabt, ich hab keine Chance gehabt, ich hab kein Lamm gehabt und der hat gewusst, wo ich war und... Alter, war das heftige Runde jetzt... Alter Mann, Kinder... Ja, ich weiß, ich hab keinen Schrot finden und nichts gehabt, ich hab nichts gehabt gegen den...